Norddeutscher Rundfunk 2021 So, komm hier rein. Von 100? Von Flachband? Ja. Wenn du dir ein Kind anhängst, bleibst du bei dir. Sie alle aber, die hier zugegen sind, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Und Wasser hat es geäßt für euch. Ich muss schnell raus. Marco? Du musst heute nicht arbeiten. Was ist passiert? Stefan in die Gemeinderheit hat mich angebraucht. Ich glaube, es wird wieder schlimmer. Ich glaube schon. Und wieso macht er dich denn gesund? Es gibt Orte, wo man so einem schönen Marco helfen kann. Das kann ich nicht. Er ist krank. Er ist kein schlechter Mensch. Was ist, wenn wir das alles ertreiben? Er ist krank. Mit seiner Tö Douche Oder wie man so einem schönen Morgen. Er ist krank. Der Nachden脱ger Dobril压 Disease Er ist krank. Er ist krank. Er ist krank. Er ist krank. Geist kritisch, Entspannungsange. Vielen Dank.